Also hier zu meiner Rechten, Fynn Becker, 18 Jahre jung, spielt im defensiven Mittelfeld und ja. Ja, das ist Luca Pilje, 21 Jahre jung, spielt offensiv außen und kann überall eingesetzt werden. Was denkt ihr, wer ist aktuell der beste Fußballspieler? Aktuell? Mbappé. Ja, das sag ich auch einfach. Beste Netflix-Serie? Prison Break. Schnelles Geld. Welche Fremdsprachen sprecht ihr? Ich spreche Kroatisch und Englisch. Englisch, Französisch. Wenn ihr eine Superkraft hättet, welche wäre das? Unsichtbar sein, glaube ich. Fliegen kann, glaube ich. Lieber Freistoße, lieber Eckball? Freistoße. Welcher Song darf eurer Meinung nach nicht fehlen? In der Playlist? Ich bin nicht für die Musik zuständig. Deshalb bin ich offen für alles. Ah, Luciano wäre ganz cool. Und vor allem zu sein. merging ein Blast auf dem Sägen von Sägen von Sägen von Sägen. Das ist die Musik zu lassen. Es war heute mit ein Blast in Sägen.